Herr Gerber, Lufthansa Cargo hat im vergangenen Jahr 50 Millionen Euro Verlust gemacht. Wie wollen Sie wieder schwarze Zahlen schreiben? In der Tat hat Lufthansa einen entsprechenden Verlust gemacht. Es war zwar ein sehr schwieriges Jahr für die Luftfracht, speziell die erste Jahreshälfte. Alle Carrier haben gelitten, die meisten sehr viel stärker als Lufthansa Cargo, aber natürlich ist das kein zufriedenstellendes Ergebnis. Deswegen haben wir sehr früh bereits im letzten Jahr, als sich abzeichnete, dass das Geschäft schwierig verläuft, das größte Effizienzprogramm in der Geschichte der Lufthansa Cargo gestartet und sind jetzt dabei, es zu implementieren. Das heißt mit C40, so der Name unseres Programms, wollen wir 80 Millionen Euro Kostenverbesserung erreichen und damit in die schwarzen Zahlen zurückkehren. Das ist aber nicht alles, sondern wir haben unsere Strategie renoviert und drei weitere Säulen, auf denen wir tätig sind. Das bedeutet, neue Produkte in den Markt zu bringen, um auch neue Kunden zu gewinnen. Das bedeutet, unsere Partnerschaften, besonders die Joint Venture, zu intensivieren. Und das bedeutet, auf dem Gebiet der Digitalisierung noch aktiver zu sein, als wir es bisher schon waren. Was sind genau Ihre Pläne im Bereich Digitalisierung? Im Bereich der Digitalisierung arbeiten wir auf drei Ebenen. Die erste Ebene ist die, dass wir unsere gesamte IT, die Kern-IT, renovieren, so wie das viele andere Unternehmen im Moment auch tun. Einen Teil haben wir dabei schon geschafft. Das große zentrale Handlingssystem läuft bereits seit einem Jahr neu und sehr gut und störungsfrei und wir können schon die positiven Effekte sehen. Das zweite, wo wir gerade dran sind, ist unser zentrales Verkaufssystem, das Sales-System, ebenfalls sehr wichtig. Da hoffen wir, dass wir den ersten neuen Release im Jahr 2018 haben werden und dann die Kernbereiche der IT renoviert haben. Der zweite Teil, die zweite Ebene, ist die Anschlussfähigkeit zu unseren Kunden. Heute ist die Fracht noch ein sehr transaktionales Business, wo die Menschen am Telefon, über Excel-Sheets oder auch schriftlich miteinander reden. Das wird zukünftig sehr viel stärker auf der IT-Seite passieren mit Anschlüssen an gegenseitige entsprechende IT-Systeme. Und hier geht es darum, die entsprechende Anschlussfähigkeit sicherzustellen für all unsere wichtigen Kunden und damit an der Stelle sehr viel Effizienz zu gewinnen und auch viel schneller zu werden. Und der dritte Teil ist der Blick auf neue Geschäftsmodelle, auf sich ändernde Geschäftsmodelle. Da ist es zur ersten, worum es geht, das, was man Logistic Data Cloud nennt. Das heißt, die Idee, alle Daten, die in dieser sehr fragmentierten Transportkette sind, in eine Cloud zu laden, so dass jeder gleichzeitig auf diese Daten eines Fachstückes zugreifen kann, was natürlich ebenfalls Transaktionskosten deutlich senken und die Qualität deutlich erhöhen würde. Und natürlich schauen wir auch auf sich ändernde Geschäftsmodelle, Stichwort digitaler Forwarder. Hier schauen wir natürlich, ändert sich unsere Kundenstruktur, gibt es hier Opportunitäten auch für uns. Und wenn es welche gibt, werden wir sicher versuchen, dabei zu sein. Im Bereich Seefracht haben die Räder schon seit Hänge der Zeit mit großen Überkapazitäten zu kämpfen. Sehen Sie da parallelen zu Luftfracht? Und wenn ja, welche und wo wird die Entwicklung im Bereich Luftfracht geben? Ja, ich sehe da in der Tat Parallelen. Auch in der Luftfracht gab es in den letzten Jahren sich entwickelnde Überkapazitäten. Sie waren sicher nie so groß, wie sie in der Seefracht waren. Aber es gab sie und es gibt sie. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass das Wachstum der Luftfracht seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr so groß war, wie es davor war. Jetzt wächst die Luftfracht etwa nur mit dem weltweiten Bruttosozialprodukt, vorher doppelt so stark. Und das zweite ist, die zahlreichen Bellys, die durch das stärkere Passagewachstum in der letzten Zeit in den Markt bekommen sind. Das heißt also, wir werden hier auch weiterhin, das wäre meine Erwartung, Überkapazitäten sehen. Aber wir werden sie sicher nicht in allen Verkehrsgebieten sehen. Hier ist eine Durchschnittsbetrachtung nicht angezeigt. Das Thema Überkapazitäten spielt in Asien eine viel geringere Rolle, weil dort viel weniger Bellys unterwegs sind auf dem Nordatlantik, auf einem schwächer werdenden Luftfrachtmarkt, spielt sicher eine Größe um. Die Lufthansa Group kritisiert immer wieder Fluglinien aus den Staaten des Arabischen Golfes, weil sie große Subventionen bekommen. Die Kritik der Lufthansa Group ist immer, dass das den Rettbewerb zerren würde. Sie haben heute hier diese Kritik auch nochmal wiederholt. Nun ist es aber so, dass Lufthansa gerade dabei ist, mit Etikat Sprecher aufzunehmen, vielleicht eine Kooperation aufzubauen. Glauben Sie nicht, dass das Ihre Kritik untergibt und Ihre Glaubwürdigkeit erscheinen lässt? Das sehe ich eigentlich nicht, weil unsere Aussage da ist, eine generelle Aussage, die sich auf die Märkte bezieht und so wie Märkte aussehen sollten oder wie Märkte funktionieren können. Und wir wissen, dass andere Märkte, wenn es um andere Industrieprodukte geht, sehr gut funktionieren, wenn sie den WTO-Regularien unterliegen. Und das gilt eben für den Luftverkehr nicht. Und deswegen sehen wir da im Moment diese Entwicklungen, die sicher nicht für einen funktionierenden Markt sprechen. Das schließt es auf der anderen Seite nicht aus, dass man mit Marktteilnehmern trotzdem über kommerziell vorteilhafte Dinge spricht. Da sehe ich zunächst mal keinen Widerspruch. Welche Produktbereiche liefen suboptimal und welche Produktbereiche liefen trotzdem gut? Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass die Spezialprodukte insgesamt trotzdem gut gelaufen sind. Hier nenne ich vor allem Kool. Kool hat auch im vergangenen Jahr ein starkes Wachstum gezeigt und ist sicher auch ein Wachstumsfeld der Zukunft. Deswegen investieren wir hier auch. Die Vergrößerung unserer Facilities in Frankfurt ist für uns ein ganz zentraler Teil. Was weniger gut lief, ist einmal das Standardsegment, wo wir nicht gewachsen sind. Das Zweite eben wegen der Überkapazitäten, die wir zumindest in der ersten Jahreshälfte 2016 gesehen haben, unser Express-Produkt. Was sonst immer sehr stark ist. Da genug Kapazitäten im Markt waren, gab es für unsere Kunden keine Notwendigkeit, Express zu buchen. Und das hat sich natürlich negativ niedergeschlagen.